Jo, hier ist Dream Alarm und heute begrüße ich euch zum Recupera Real Talk Part 2. Was ist die Woche so passiert? Also zuerst habe ich die zweite Insel recht symmetrisch gebaut. Das ist hier oben A10 auf der Ecke 975 Map. Wie ihr seht, sind hier komplett nur noch Investoren drauf, keine anderen Häuser. Unausgebaute Wolkenkratzer hier in dem Fall. 102.938 sind auf dieser Insel derzeit. Ich bin ganz zufrieden, wie das gelaufen ist hier mit dieser neuen Insel. Auch diese möglichst symmetrisch wieder gebaut. Ihr wisst ja, zum Thema Symmetrie, mehr Häuser auf einer Insel bedeutet für euch auch mehr Einwohner. Das passt hier leider nicht mehr drauf, ohne dass die Verbindung der Einkaufsstraßen dann abreißen würde, was dazu führt, dass selbst wenn ich hier noch ein Haus hinpasteln würde, zum Beispiel bei diesem Rathaus, es zu keiner Veränderung kommt. Und insofern ist diese Insel nun fertig. Die Rathäuser werden bestückt. Das ist der morgige Plan. Dann geht es auf Richtung 3 Millionen. Ihr könnt euch ja noch aus dem letzten Real Talk Report Bau erinnern. Da ging es um diese Insel. Diese Insel ist mittlerweile vollkommen ausgebaut. Hier stehen 576.670 Einwohner drauf. Es sind noch ein paar Häuser nicht ganz hochgezogen. Der Kaffee ist nicht ganz ausreichend gewesen. Noch ein paar mehr. Das war mein heutiger Tag hier erst mal mit dieser Insel. Wozu habe ich mich noch entschieden diese Woche? Ich habe mich auch noch entschieden zu etwas ganz anderem. Ich habe mich mal entschieden, Kutschen zu bauen. Hier stehen Kutschen. Auf dieser kleinen Insel stehen Kutschenhütten. Und mal gucken, was ich damit so anfange. Ich habe auf der Insel C6 hier Dampfwagenfabriken gebaut. Das habt ihr ja schon gesehen in dem Video. Die wird 1040 Prozent und diese Dampfwagenfabriken, da habe ich jetzt insgesamt nur 1, 2, 3, 4, 5 an. Und diese 5 Fabriken versorgen 2,547 Millionen Ingenieure mit 5 Dampfwagen. Und produzieren gleichzeitig auch noch, weil da Brunos drin sind, Geschütze und Dampfmaschinen. Und ich will mal schauen, was da passiert, wenn ich es mit der Versorgung über Dampfwagen laufen lasse. Denn das Coole ist daran ja eigentlich, das finde ich wirklich ganz geil, dass ihr über die Schwerindustrie, die Zusatzwaren aus der Schwerindustrie, den Input verringern könnt. Ihr kriegt dann nämlich aus jedem dritten Mal einen extra Dampfwagen raus und braucht dementsprechend auch ein bisschen weniger Kutschen. Und wenn wir das mal anschauen. Was ich immer so höre, wenn ich bei Twitch Online streame und mich mit anderen unterhalte, ist, baue mal deine Gelehrten aus. Gelehrten sind super wichtig. Bau da bitte mal 9 Millionen, 10 Millionen, 11 Millionen Gelehrte. Was weiß ich nicht, wie viele Gelehrte die Leute haben wollen. Also eine unglaublich große Menge. 2 Millionen Gelehrte für 11 Millionen Forschungspunkte. Ich habe es jetzt mal ein bisschen polemisch dargestellt. Mir ist es deutlich unklar, wozu man die braucht. Ich habe hier derzeit, wie ihr seht, 229.000 Gelehrte. Das sind Forschungspunkte. 2,4 Millionen. Wenn ich mal in die Items reinschaue, hier wird es 2,5 Millionen. Sind die Items derzeit 1,49 Millionen wert. Ich weiß nicht, was die mit den ganzen Schiffen machen. Was meine Kollegen oder auch die anderen Nasen, die es da so gibt. Kollegen will ich sie gar nicht nennen. Also die Menschen, die auch Rekordbau spielen, da eigentlich mal erzählen. Und bisher ist das ganz viel Theorie. Theorie ist ja ganz schön. Also in der Theorie kann jeder alles sein. Keine Ahnung. Finde ich auch ganz interessant. Also hört da nicht drauf. Spielt einfach mal so, wie ihr wollt. Und baut nicht erst mal 2 Millionen Gelehrte. Ich sehe den Nutzen bisher einfach gar nicht. Weil man so viele Schiffe gar nicht braucht. Ich habe jetzt hier ein paar Schiffe ausgebildet. Vielleicht habe ich jetzt so 100 Schiffe oder so, mit denen ich die versorge. Die Routen sind optimal gestellt. Wenn man natürlich für eine Ware, sei es nur 10 Tonnen, immer ein Schiff nimmt, dann braucht man natürlich 5 Milliarden Schiffe und auch 200.000 Gelehrte, damit man das alles ausrüsten kann. Wenn man das effizient macht, eher nicht. Und ich glaube, ich werde da auch nicht landen bei den 2 Millionen Gelehrten. Ich werde sie gar nicht erst aufbauen. Deswegen habe ich das gleich mal hier in den Part 2 gleich mit reingenommen hier. Vom Rekordbau Real Talk. Das hier derzeit nur 230.000 Gelehrte vorhanden sind. Und das damit schon mal auch ganz gut funktioniert. Okay, die Insel wird hier gerade kaputt gestreikt. Und für euch natürlich neu. Es wird jetzt in Full HD gestreamt hier mit 60 FPS. Es sieht wunderschön aus. Es wird noch ein bisschen besser. Baffee ich das noch ein bisschen hochtakt in meinem Ziel ist. Die 4K. Mal schauen, ob ich das erreichen kann. Nächste Woche werde ich noch ein Streaming-PC dazunehmen. Ich möchte euch eine exzellente Bildqualität von Anu liefern. Und auch ein exzellentes Rekordbau-Projekt hier. Dass das für euch optimal anzusehen ist. Und das freut mich auch sehr, dass ihr hier fleißig die Videos guckt. Und einschaltet und kommentiert und liked. Das freut mich wirklich sehr. Es ist echt schön. Es ist auch ganz schön viel Arbeit, was ich mir hier auffalte. Aber ich mache es gerne. Mir macht das sehr viel Spaß. Also kein Germer jetzt. Sondern eher so, dass ich mich freue, dass ihr das super tief seht. Und dass ihr da dabei seid. Was habe ich noch gemacht die Woche? Ein bisschen die Kekse ausgebaut. Hier stehen ein paar mehr Keksfabriken. Ein paar weniger Schreibmaschinen. Denn da ich mich für die Dampfwagen entschieden habe, werde ich auf dieser Insel, wo später auch ein paar Einwohner stehen werden, auch ein paar Schreibmaschinen direkt produzieren. Spare ich mir halt das hin und her Karren. Da kommen einfach ein paar Rohstoffe hin. Denn hier gibt es ja auch die Zusatzwaren aus der Schwerindustrie. Da Schreibmaschinen nicht klippbar sind, können die nicht mit versorgt werden. Auch auf dieser Insel habe ich schon mal die Investoren soweit ausgebaut, soweit es möglich war, um die bisher angeschlossenen Dampfwagenfabriken. Das mache ich so nach und nach. Immer wenn ich eine neue Dampfwagenfabrik anschließe zur Produktion von Autos oder hier von Dampfwagen, dann werde ich da die Investoren gleich drum herumsetzen. Hochziehen tue ich das ganz zum Schluss erst hier. Also in Hochhäuser umwandeln, damit das hier einigermaßen übersichtlich bleibt am Anfang. Dann habe ich in der neuen Welt nicht so viel Neues gemacht. Ich habe in der neuen Welt ein bisschen noch die Plantagen modifiziert. Und zwar auf dieser Insel ist ja hier eine riesige, also muss auch noch eine wunderschöne Insel, eine riesige Zitrusproduktion. Wie ihr seht, hier sind die Zitruskreise. Die ist auch noch nicht ganz fertig. Hier kommen noch drei mehr rein, dann läuft die optimal. Hier kommen noch zwei mehr rein, dann läuft die auch noch optimal. Hier kommt nichts mehr rein, die ist schon optimal gestellt. Diese Kreise habe ich hier angepasst, dass die vernünftig laufen. Und da muss ich nochmal schauen, wie das mit den Bananen ist, ob ich die noch ein bisschen hochziehen kann mit der Schiene. Der Kreis ist optimal gestellt und dieser Kreis ist auch schon optimal gestellt. Und diesen Kreis hier habe ich zu Kampfer gemacht, auch der ist optimal. Da passt keine einzige mehr rein. Mit jeder, die ich mehr stelle, verliere ich Produktion. Mir fehlt auch noch das Bronzen-Sideset mittlerweile. Das habe ich hier schon implementiert, aber noch nicht reingesetzt. Das muss ich nochmal erforschen. Gegebenenfalls einfach auch mal gucken, ob ich es überhaupt habe. Ich könnte ja mal gucken, ob das in Crown Falls liegt. Aber ich glaube, ich müsste es nochmal erforschen. Da habe ich ein bisschen die Einwohner reduziert. Hier sind gerade ein paar weniger. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich hier Brand hatte oder so. Da muss ich mal schauen. Ich werde hier noch ein paar Einwohner hinsetzen. Das kommt auch daher, weil ich nicht weiß, welche Items ich jetzt hier genau gesetzt habe. Ich spiele hier mit einem Einwohner-Item. Muss ich das tauschen. Ja, also ist gar kein Problem mit den Einwohnern. Das heißt, die Einwohner werden sich hier ein bisschen verringern, weil ich auf dieser Insel eigentlich noch ein paar mehr Bananen bauen möchte dann. Das heißt, ich werde hier später Einwohner wegnehmen und hier noch ein, zwei Bananenplantagen reinziehen. Was habe ich noch gemacht? Ich überlege gerade. Den Kaffee habe ich eingestampft. Genau, der Kaffee, den ich am Anfang auf Kap Trilavni, wollte ich gerade sagen, auf Grown Falls gebaut habe, im Kap Trilavni, der ist weg. Den gibt es nicht mehr. Kaffee wird jetzt komplett wieder eingekauft. Ich habe mir das mal angeschaut mit einer Produktion, wo ich hier über Malz Kaffee produziere. Das lohnt sich nicht. Das sind eine ganze Menge Schiffe, die irgendwas hin und her karren oder so. Ich habe mal durchgerechnet und mir das angeschaut. So drei geklippte Hochradwerkhallen versorgen eine ganze Insel mit Kaffee. Das ist vom Platz viel, viel weniger als dieser ganze Kaffee, der hier mal stand in den vorschriftlichen Kaffee-Röstereien. Also was ich da gemacht habe, sah zwar nett aus, war eine kluge Idee. Also aus dem Malz den Kaffee machen. In der neuen Welt mit den Kaffeebohnen, es wird ja 1 zu 2 produziert, nochmal eine halbe Kaffee-Rösterei versorgen und die versorgt ja mit dem Kaffee-Heini, ich habe gerade den Namen vergessen hier, mit dem Marco della Mocca, genau so hieß der, nochmal eine halbe. Das heißt, wenn ihr hier eine für einen Kaffee-Layout Kaffee produziert und ihr kriegt ihr aus zehn, machen wir es mal einfach, aus zwölf Kaffee-Röstereien, mit einfache Rechnung für euch, kriegt ihr sechs Kaffeebohnen raus. Damit könnt ihr sechs Kaffeebohnen, sechs Kaffee-Röstereien in der neuen Welt versorgen und die sechs versorgen ja nochmal drei, weil die wieder jeweils eine Kaffeebohnen geben. Das ist ja eine Kaskadenrechnung, so müsst ihr viel weniger Kaffee im Bauen. Aber es lohnt sich einfach nicht, denn über die Hochräder und jetzt auch über die Dampfwagen, die ich ja hier jetzt hingesetzt habe, die nun auch schwierige Schütze produzieren und die auch Motoren produzieren, ist es viel schneller geregelt, das mit dem Einkauf. Ja, den Leben setze ich natürlich jetzt an jeder Insel auch mit einer Handelskammer hin, um hier das extra Gold zu kriegen. Und die Perlen, die wandle ich einfach auch in Autos um, spart mir später Autofabriken hier. Ganz gut gemacht und ich muss nicht überall die Hochräder hinbauen, nichts gegen Hochräder. Aber ich glaube, dass durch die Schwerindustrie und den verringerten Input an Waren, also du brauchst ja, wenn du das einfach so machst, quasi zwar die gleiche Menge Kutschen, die natürlich sehr groß sind, weil sie 9x6 sind, aber da du insgesamt von den Schwerindustrie, von den Zusatzfragen aus der Schwerindustrie ja immer ein Auto extra kriegst, könnte das sehr, sehr lukrativ sein. Denn damit sparst du dir quasi, du hast die gesamte Arbitrage. Wir schauen mal, wo das Ganze enden wird. Ansonsten ist der Schmuck mittlerweile voll. Ob ich hier eine zweite Schmuckleart baue, weiß ich derzeit noch nicht. Das muss ich mir anschauen. Ich habe mich hier unten dafür entschieden, das Lager zu verkleinern. Ich hatte vorher 24.000 Tonnen Lager. Back ist es auf 17.750. Die Kellerräume kommen bald. Und ich möchte hier lieber ein bisschen Gold produzieren. Erstmal musste ich den Lehm sowieso irgendwie hinstellen, um da auch die zusätzlichen Perlen rauszukriegen. Und ich brauche den Quarzsand eh für den Kupfer. Und der Quarzsand, der ist hier mit 810% am Laufen über die Küstenproduktion. Der läuft nicht überall 810, der läuft hier nur 732, weil ich mich dann hier noch für einmal geklippte Hochräder entschieden habe und dann hier dementsprechend auch den Brunner drin habe, weil die mehr wert sind an der Stelle. Prinzipiell läuft das Setting hier. Auf Grund vor, als wäre ich derzeit 313.000 Einwohner, ich rechne so mit Produktion. Später bei einer Million etwa, was hier steht mit einer riesengroßen Produktion. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mit den Kreisen hier ist, mit den Harz- und mit den Kischholzplantagen, die hier rumstehen. Wie viel ich da später auf anderen Inseln geklippt bekomme. Kann sein, dass die auch verschwinden werden mit der Zeit. Und hier unten sind neue Bäcker entstanden. Und dann stehen hier noch ein paar geklippte Hochräder rum. Das war's, hier ist nicht so viel entstanden. Und ich habe hier noch ein bisschen Kohle hingestellt, damit ich meine Minen schon mal zu Zementminen machen kann. Die Kohle wird später auch verschwinden. Die steht jetzt hier nur mal zur Baumwoll- und Kautschukproduktion, ein bisschen und ein bisschen zur Kohleproduktion, weil ich die Minen schon mal alle umändern möchte. Um mir mal anzugucken, wie das Ganze so funktioniert. Mit der Goldaufwertung will ich natürlich die Zementminen dann alle haben, dass ich da Gold rausbekomme. Und dass ich auch mit dem Item von Nate aus der Arktis, das kennt ihr schon aus einem meiner Videos mit den Zementminen, hier von ihm, nur ist der Gute, da, mit dem bizarren Ballonmagnaten hier auch jemals ein Eisen extra bekomme. Das heißt, ich kann alle Minen auf Zement stellen und kriege trotzdem Eisen raus. Wird sich Perlen und Gold, ist ganz nice, Öl sowieso läuft. So soll es ungefähr laufen. Ich überlege, was ich noch getrieben habe die Woche. Achso, ja, ich habe hier die Hochräder weiter gepusht. Also diese Hochräder sind, glaube ich, bis auf zwei Fährrasse alle durch. Die laufen jetzt hier. Das heißt, dieses gesamte Hochrad-Layout von diesen geklippten hier, ich nenne das mal Layout, also einfach nur die geklippten Hochräder auf dieser Insel, um die Wolkenkratzer herumstehen, dürften jetzt fast alle fertig sein. Ich habe zwei Fährrasse fehlen noch. Es sind 49 Stück, die hier geklippt stehen auf der Insel. Die produzieren eine ganze Menge, wie ihr seht. Das läuft, also es versorgt ja auch einen Haufen Investoren einfach. Es sind auch die einzigen geklippten Hochräder, außer die ich auf Perlenfall stehen habe, die paar Hütten. Und wie ihr seht, habe ich hier noch nicht mal angefangen, die Taschen und Aller auszugeben, die Dampfwagen auch nicht und auch die Hochräder sind fast voll. Da muss ich mal gucken, wie das Ganze läuft, wie ich das hier verteile. Denn ich werde hier keine Dampfwagen produzieren, denn ich muss ein paar Ingenieure wahrscheinlich später bauen für die Dampfwagen. Das wird nicht anders möglich sein. Aber die Ingenieure sind natürlich deutlich besser als die Handwerker. Ich weiß noch nicht, ob ich Handwerker bauen muss. Ich habe hier tatsächlich auch eine kleine Handwerkerinsel gebaut. Die steht hier unten. Die ist das Monoproforma gebaut und die ist nicht mal richtig versorgt. Also hier werden später wahrscheinlich ein Rathaus Layout Handwerker stehen bleiben. Der Rest wird hier auch aufgewertet. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mache, weil ich dann hier auch ein Kaufhaus und eine Passage hinbauen muss. Strom ist hier auch schon gesetzt. Hier sind auch schon alle Mienen zu Zement gemacht auf dieser Insel. Und die haben auch schon Items und die produzieren auch schon schön Zement. Da habe ich mich entschieden, den Zement verkaufe ich gleich in der Speicherstadt gegen Autos. Alles, was ein Auto ist, ist ganz gut, spart mir später die großen Fabriken. Kann man auf jeden Fall so machen. Und mit Perlen kaufe ich hier den Rest ein. Perlen sind zwar nichts wert, aber da die Insel hier so wenig Versorgung braucht, könnt ihr es einfach so machen. Meine Stimme heute erstmal sorry, Jungs und Mädels, denn ich habe echt viel gesprochen heute. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bemühe mich, möglichst klar und deutlich für euch zu sprechen. Ich wollte nur mal gucken, was ich so gemacht habe. Ja, die Welt sieht riesig mittlerweile aus. Der neue PC macht es einfach auch. Ganz nett jetzt einfach. Ich hoffe, ihr seht das hier. 2, also sinken gerade die Einwohner ein bisschen, weil ich hier nicht richtig versorge. Ich weiß gar nicht, wo ich nicht richtig versorge. Ja, ja, Kognak. Im Kognak habe ich momentan ein bisschen Traubenprobleme. Die Bäcker sind zwar ganz nett, aber ich habe die neue Welt ja noch nicht ansatzweise ausgereizt. Wie ihr seht, die Inseln sind alle leer hier. Hier müsste ich auch noch mal ein paar Bananen hinsetzen. Der ganze Kaffee kommt jetzt hier weg. Gar nicht, was ich mit dem soll. Also hier wird ein Kreis hinkommen. Und zwar hier kommt ein Kreis Kampfer hin, den ich hier hinbaue. Und dann schauen wir mal. Das heißt, ich muss hier mit der Population der Einwohner noch ein bisschen hochgehen und die Items noch ein bisschen ändern, weil ich habe hier Kaffee produziert, den ich ja gar nicht brauche. Tabak würde ich auch sowieso nicht produzieren, weil ich Zigarren auf jeden Fall einkaufen werde. Denn diese Tabakhütten kann ich euch auch mal zeigen. Die sind ja riesig. Also das kennt ihr noch von früher. Da haben sie ja nichts dran gemacht hier. Das ist eine riesige Hütte, mit der du einfach nichts anwarten kannst. Also weg. Tabak, zum Beispiel Zigarren werden eingekauft oder später über Plantagen produziert. Da muss ich mal gucken, wenn das alles mal hochgezogen ist, wie man das optimiert. Erstmal will ich jetzt Richtung 3 Millionen gehen. Das ist auch eine wunderschöne Insel. Aber wir schauen uns noch mal diese Insel an. Das ist eine wunderschöne Insel, die ich hier gebaut habe. Also ich will mich nicht selber feiern, aber das sieht schon echt ganz nett aus. Da findet ihr nicht hier so diese drei Kreise. Hier ein Halbkreis. Da kann man noch hier ein bisschen was hinbauen. Später ist noch nicht ganz optimal gebaut. Mal gucken, wofür ich mich da entscheide. Und hier kommt auch noch was hin später. Ja, ich habe mich auch damit beschäftigt, wie es Baumwolle zu klippen. Versuchsweise macht es nicht. Ich habe es angeguckt, bringt nichts. Also wenn ihr Bananen baut und zufällig einen Clippingpunkt habt, zwischen zwei Handels kann man auf einer Bananeninsel oder Bananen-only-Insel oder wie ihr das auch mal nennen wollt, dann könnt ihr Baumwolle klippen, weil ihr sowieso da Bananen baut. Dann ist das effektiv, dass ihr quasi zwischen die Bananen eine Baumwollplantage setzt, die dann geklippte Trauben und geklipptes Getreide produziert. Das Getreide habe ich auch noch nicht nach Crown Falls gebracht. Dann muss ich nächste Woche mal Handelsrouten einrichten. Ich glaube, das Getreide hier dürfte in den Lagern, auf der Insel produziere ich keine Bananen, Getreide dürfte hier berstenvoll sein. Hier ist alle. Gut, und hier, was ist mit Getreide? Schauen wir mal hier. Das interessiert mich gerade selber. Hier ist auch alle. Und hier ist Getreide, ist auch alle gut. Dementsprechend scheine ich, das Getreide schon wegzubringen. Also auch schon auf Crown Falls in Verarbeitung. Getreide braucht man echt ganz viel für die Bäcker. Da ich das Lager jetzt auf Crown Falls auch verkleinert habe, muss ich ein paar mehr Trauben auch bauen, will ich auch. Mein nächster Plan ist erstmal dieses Kaffee-Layout hier abreißen. Ansonsten läuft das hier alles. Dieses riesige Bananen-Layout funktioniert. Hier steht noch ein bisschen Kaugummi rum. Das Kaugummi produziere ich auch auf N5. Also alles, was ich an Kaugummi brauche für die große Menge an Investoren wird hier produziert werden. Die sind aber eigentlich alle voll. Kaugummi braucht man so wenig. Da müsst ihr euch gar keinen Kopf drum machen. Ja, peng. Hier sind auch die Goldmine noch. Die sind noch nicht angeschlossen. Mal gucken. Ich habe hier auch noch nicht die Goldbarren weggeholt. Damit mache ich noch gar nichts. Das müsste hier alles noch im Lager sein. Also Golderz, eine Zwischenprodukte der Goldmine. Hier ist gar kein Goldbarren. Was ich so ein bisschen hier machen, habe ich die schon abgeholt. Hier ist auch kein Goldbarren. Da habe ich auch kein Fischl gebaut. Aber hier ist das Goldbarrenlager noch komplett voll. Also ihr spart euch damit eine ganze Menge. Ihr braucht wirklich viel, viel, viel weniger, was ihr in der Alten Welt oder im Cup bauen müsst. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, neun Kacheln im Cup sind etwa 275 Einwohner. Neun Kacheln hier sind 36 Einwohner. Oder 39 so im Schnitt. Neun Kacheln in den Besser sind 20 und neun in der Arktis sind so 20 nur. Ihr kriegt da ja kaum eine Einwohnererhöhung. Ihr kriegt ja nur die Reduktion. Oder in den Besser habt ihr vielleicht 24, 25 im Schnitt. Ihr habt hier so 39 im Schnitt. Und in der Arktis kriegt ihr ja gar keine zusätzlichen Einwohner. Da kriegt ihr ja nur Malus auf die Versorgung. Da können wir, da bleiben es immer 20 und bleiben halt 20 pro Hütte. Weil ihr das nicht erhöhen könnt. Okay, soweit erstmal. Das war meine Planung hier. Genau, hier stand mein Versuchsexperiment mit der geklippten Baumwolle, wie ihr seht. Also es steht nur noch da, weil ich es mir anschauen wollte. Dazwischen ist geklippter Kampfer. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem geklippten Kampfer machen wollte. Ich glaube, ich habe den erstmal nur testweise hingestellt, um mir anzuschauen, ob ich das da ganz gut einpflegen kann, wie ich das in diese Layouts reinkriege. Und hier kommt später auch noch geklippter Kampfer hin. Das heißt, da muss ich mal gucken, wie ich das hier gestalte später, weil die Bananen da sind ja ganz nett, aber ich glaube, die Bananen kommen da eher später woanders hin. Oder ich kaufe die Ponchos ein, weil die Ponchos stehen hier, aber die sind auch verhältnismäßig useless, weil ihr seht, ich habe jetzt hier, ich brauche so wenig Bevölkerung, weil ich so viele Bananen hier einfach baue, dass die Ponchos hier einfach zwei Bananenplantagen sind und die kann man einfach einkaufen über Nebenprodukte, über Perlen oder was auch immer, weil das sind zu viele Trauben, die hier flöten gehen. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Hier recht steht der gesamte Zimt, den ich besitze. Das müsste Zimt sein. Mit, wie ihr seht, 2,5 Millionen und ich brauche dafür zwei Zimtplantagen, die nicht mal geklippt sind, die einfach nur rumstehen. Zimt braucht hier echt wirklich wenig. Das Ethanol wird hier später auch weggerissen werden. Will ich halt auch nicht. Aus dem einfachen Grund, Ethanol werde ich in den BESA produzieren. Dazu in einem späteren Realtalk Rekordbau mehr. Ja, soweit erstmal. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das war das Streamalarm zum Realtalk Rekordbau. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt oder was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis bald.